so herzlich willkommen zurück zum fünften part von minecraft skyblocks jetzt mit dem sodatex texture pack ja dann machen wir mal weiter ich habe zwar schon wieder ganz vergessen was ich machen wollte aber das ist eine gute idee ja wollen wir den gleichen apfelbaum sehen hier ich mache hier mal nehmen wir wollen jetzt brucewood reinsetzen und noch ein paar bäumchen machen wachse du tanne und nehme ich mal in denen das ding hier noch und verdösel das noch mal hier richtig schön mit dem teil so ich hole mal die axt ach so ist ein einnehmendes wesen ja ja mach man noch mal hier sand so was haben wir hier noch sugarcane seeds könnten wir eigentlich auch mal sobald wir ein bisschen wasser haben das regen hat ja hier irgendwie ja wenn wir mal auf regen wartet gibt es irgendwie keinen ne ja ich brauch mal ein cobblestone ich glaube da muss einer hin wo ist der chicken da doch noch mal ein ja warte mal ich habe da eine idee ich bin damals so frei ja ja hätte ich mal früher auf die idee kommen können war mhm oh der cobblestone ist verbrannt oh der cobblestone ist verbrannt wer nicht geht auf jeden fall schneller ja ach ja ich wette da stand auch schon in den kommentaren drin das aussieht das wasser was immer nach unten fließt ja so jetzt können wir auf jeden fall was schon mal in den ofen ach ja falsch gesehen jetzt bauen wir uns hier mal so kleinen ofen in ja genau ich gucke nur gerade wo ich die mal schön hinbauen kann warte mal vielleicht so das rein das rein das rein ähm nam 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 jetzt haben wir hier doch irgendwo aluminium kupfer silber hatten wir nicht noch irgendwo eisen äh da genau jetzt bauen wir uns mal ein bisschen eisen das ist doch schon mal flauschig juhu wir haben eisen hey zwei blöcke sehr schön sehr schön sehr schön mal schauen ob wir das irgendwie hier nochmal ein bisschen automatisiert bekommen boah nein was denn? asymmetrisch oh naaa hast du mich etwa asy gewinnt? ja das ist asymmetrisch so also wir brauchen auf jeden fall noch ein wenig ähm gravel weil wir brauchen eisen da können wir nämlich einen eimer machen beziehungsweise wir müssen dann erstmal einen hammer bauen und oh man das ärgert mich naja es gibt schlimmeres was? es gibt schlimmeres so ähm oh es brennt es brennt es brennt es brennt so jetzt brennt es nicht mehr oh ich dolchte ich habe hunger nom 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 dann machen wir es halt so ja mach mal mach mal mach mal ich hab da vollstes vertrauen in dich ach naja ich baue ne kleine brücke und dann halt nur neue insel dann quasi da dran ok und da soll denn was denn die mobfarm oder ja können wir von mir aus die mobfarm dahin machen oder halt ein häuschen wo wir halt drin pennen oder sowas ja ok ok ah ok das können wir bei weitermachen ich hab das halt cooler irgendwie so mit einzelnen inseln statt alles eine riesenplattform zu bauen so irgendwie keine ahnung alter was ist denn hier los? die sind ja im Wald jetzt gerade ok das können wir doch nicht bauen gut äh Moment Rezepte sind aber echt äh komplex geworden äh der Baum brennt der Baum brennt schon wieder? ja glaube ich nicht so cool so ähm boah alter nur drei setzlinge das ding ist nicht gerade da so tief ja zwei drei vier fünf ok ok das heißt fünf eisen und dann äh elf eisen brauchen wir jetzt erstmal hier kommt es dann behalten wir erstmal jetzt machen wir erstmal ein bisschen gravel das ist ein bisschen monoton aber naja es gehört ja dazu ne ich meine ich finde dieses modpack echt geil solltet ihr auf jeden fall mal probieren das ist halt minecraft jaaaa es macht spaß ich liebe craften das ist super 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 hä wo ist denn die axt? hast du die axt? nein nein aber Nutschweizbau ist ja halt ne neue nein wir haben es ja jetzt ne? ja zum glück das geht so langsam vorwärts ja das sieht man auch fortschritte mit dem bauen und sowas das stimmt wohl oh die axt ist kaputt naja du baust halt ne neue wie denn? naja ganz normal standard ja ok cool obwohl warte mal ich könnte jetzt eine von tinkers construct bauen wir haben ja jetzt äh weil die kannst du reparieren die kannst du reparieren und die kannst du auch upgraden upgraden ist immer gut wir können doch fast ne eisenschweizack geboren jaaa aber nein jaaa aber nein hehehehe Moment ähm da so nein da so und so jaaa super und stick sollte der eigentlich klappen so also früher bei Gary and Sky war es halt so ok dann brauchen wir da auch noch den speziellen stick äh da war das halt so dass du ähm ähm aus ähm ähm würd ich grad erzählen dass die gelevelt sind das heißt die du hast keine upgrades drauf gepackt sondern durch abbauen konnte sie halt leveln ah cool so so äh und holz ja so und wir haben einen normalen stick bekommen wir haben die axt gekommen jetzt gehen wir hier auf die axt legen den rein legen das rein und wir können es immer noch nicht bauen ok machen das machen das machen das und es geht trotzdem op ich versteh nicht warum haben das vielleicht nen Anzeige-Bug d jaaaa Ex-Pad und Handel hab ich das Falsche genommen gibt's hier noch nen anderen wer vielleicht Schauw mal so das ist eigentlich der hier oder geht das vielleicht gar ein holzgriff muss doch eigentlich gehen ganz ehrlich keine ahnung ich nehme mich damit nicht aus und kann ich schöne häuschen bauen okay dann geht das wohl nicht mit steinen müssen wir die halt erst mal gießen gut dann ist das also auch erklärt auch geklärt obwohl es wird ja angezeigt dass das tja das ist dann mal die nächsten tage mal meinen anderen monitor noch mit anschließen macht das macht das ich gehe also dass ich dann halt auf den anderen monitor dann halt wiki oder sowas auflassen kann ja 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 das könnte ich auch mal ein bin auch weil ich mal auch war nur warum geht das nicht das verstehe ich nicht das ging eigentlich immer ja das sind mysterien okay ich sieh jetzt weiter gehst du mal schlafen logisch ja noch ein paar neue setzlinge pflanzen ja macht das macht das macht das können dann erstmal stehen bleiben die bäume oder dass ich erstmal ein bisschen bauen kann weil wir haben jetzt fast zwei stecks holz ja das sollte ich erst mal ein stück kommen glaube ich ja das stimmt wohl ja das verstehe ich jetzt aber echt nicht was wir halt auch machen könnten das wäre dann halt hier unsere tanne mal wenn die halt funzt das wäre schön ja haben wir denn wieder set links nein okay oh der große baum ist wieder da ja ja der große baum ist wieder da ja ja so ein scheiß großer baum kannst du da wieder abholzen ne mach das doch ne das sind große baum aluminium was die immer stehen außerdem sind sie schön okay so so schon mal ein fertig wieder und dann müssen wir wieder an das fleißige ja ja könnten das spiel ja auch mal streamen das wäre vielleicht auch ne alternative ne ne also wird dann wirklich ja guck mal der kopf war ne runde streamen oder sowas aber ne ich meinte denn dass wir das dann hochladen einfach die vorteile die wir gestreamt haben also kommt man halt mal ein bisschen voran ne 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 ich meine wenn du jetzt überlegst die äh so ne mobfarm oder so wenn du die jetzt bausen das dauert natürlich auch lange ja auch klar ne ja das muss dann halt auch erst mal gebastelt werden ne ne so also wenn du Glas brauchst dann musst du schreien ne äh nö noch nicht wir könnten warte mal ich überlege ja gerade wir könnten können wir schon pipes bauen wir haben stein wir haben könnten redstone bauen ah also eigentlich könnten jetzt bin ich fast angeschraubt gesegelt ja hab nicht zu viel im inventar ich nehm auch immer möglichst alles raus ja ja ich hab nur Holz mit das ist halt echt 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 übel wenn du jetzt hier abschmierst ja ja und wir sieben 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 im sause schritt sieben 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 im sause schritt ja wenn man das könnte man so machen das wäre ein bisschen cool was denn was denn was denn was denn was möchte ich hab hier gerade auf der brücke eine kreuzung gebaut dann kann man was ich hab ne idee was wir machen warte mal wir haben zwei eisen warte mal warte mal ich hab da eine pornöse idee ja aber vom baller nicht alles hin ja nehmt nehmt Dann kann man daraus auch einen schönen Zaun bauen. Ja, 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 ja. Guck mal, ich hab jetzt die, äh, ich hab jetzt über dem Stack, ähm, Leaves. Oh, die Tanne ist gewachsen. Ja, hab ich grad auch gesehen. Geil. Man ist die hässlich. Naja, aber kannst du ja mal Saplings von holen. So. Und hier 7 weiter. Weil hier können wir uns nicht so ein schönes großes Beet bauen. Aber erst mal, wie gesagt, ist der Hammer im Vordergrund. Was ich natürlich schon wieder für Bockmiss gemacht habe, weil ich daraus die Schere gebaut habe. Tja. Es kommt keine Leaves. Doch einer. Oh, gut, Gott sei Dank. Einer ist schon mal gut. Was? Na ja, plus minus null halt, ne? Na ja, gut, aber immer noch besser. Oh, 2. Na gut, dann ist es ja okay. Ähm, kannst du mal noch ein bisschen für diesen Oak Barrels bauen? Wie denn? Äh, du machst, ähm, du machst, äh, Slaps. Kannst du mir dann mal eine Axt geben? Ja, kann ich dir bauen. Ist doch, ist doch, Stein ist doch drin, oder nicht? Nö. Ist keiner mehr drin? Okay, dann baue ich dir was ab. Was Slaps soll ich bauen? Ja, du, du machst quasi, du machst quasi, äh, wie ne Kiste. Nur ganz unten kommt ein Slap hin und die Mitte bleibt, also halt, äh, und oben bleibt frei und die Mitte. Weißt du, was ich meine? Nö. Ich find's schon. Ja, genau. Wer sind die Dinger? Oak Barrel. Wie viele? Naja, so zwei, drei Stück würd ich sagen. Okay, zwei. Mehr hab ich grad keinen Hals. Aber, doch. Ich hab vier Stück. Reicht das? Jaja, es reicht. Stell dir einfach mal hier irgendwo hin, wo sie keinen, wo sie halt nicht, äh, stören, vom Platz her. Und ich muss noch mein Invertrag nochmal. Also ich hab dir jetzt nochmal, äh, Kabelstone da reingelegt. Dann kannst du dir, ähm, ne Axt machen. Ahja, cool. Oh, ist schon alles leer? Das ging aber schnell. Ähm. Ne Schaufel wär auch nochmal ne schöne Sache für diese komischen Dinger hier, die ich baue. So. Äh, rein. Und, ja. Wir machen, oh, hier sind noch Kabelstones. So. Wir machen nochmal ein bisschen Gravel. Das haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Hm? Das Ding ist so geil. Ist auch so, glaub ich, wie nur ein Troll-Item gewesen, was wir gesagt haben. Jo, das bauen wir ein. Ja, irgendwie so. Anders kann ich mich nicht. Ja. Haha. So. Ach, genau. Und Dings wollte ich auch noch bauen, ne. Ähm. Formschöne. Gibst du mir mal die Axt? Wenn du fällig bist? Weil dann geh ich mal nach oben. Habe ich hingeschmackt? Ja. Ups. Ja, wie gesagt, hier bei der Kreuzung hatte ich die Idee, dass wir irgendwie eine Richtung nur für Weizen fahren oder sowas. Ja. Und dann andere Richtung zum Mobspawner oder sowas. Und dann halt andere Richtung zum Haus oder so. Ja, ok. Ja, können wir gerne machen. Das heißt, in so'n Skyland, ne. Also kannst du das ja auch ruhig schön mit Brücken und sowas bauen. Und du kriegst übrigens Saplings, wenn du das mit der Dings abbaust. Allerdings nicht so viele, aber du kriegst welche. Echt? Ja. Also ich hab jetzt gerade... Hier liegen noch welche. Also ich hab jetzt gerade, glaub ich, zwei, drei Stück. Zwei Stück. Bekommen. Sind zwar nicht viele, aber dreie, viere, fünfe. Also es sind... Ich kann grad sagen, es sind welche auf jeden Fall. Ist die untere? Oh shit. Okay, jetzt ist die... Äh... Dings leer. Oh, hoffentlich. Ja. Ja, guck mal an. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt auch schon... Ich hab jetzt drei Stacks oder so, ne. Alter. Eine Schere hell allgemein. Ich backe. Ich backe. Äh? Im Baum? Ja. Oh, jetzt. Nein! Der hier? Auch nicht. Der hier? Jetzt. Ne. Hä? Was ist denn das? Backe. Backe. Kuchen. Ja, ja. Lebt denn der alte Holz-Server noch, ne? Ja. Hast du das geguckt gehabt, das Forest-Let's-Play? Das denkt sich LOL manchmal auch an. Hattest du das geguckt gehabt, das Forest-Let's-Play? Ne, ne. Ne. Haben wir dann angefangen zu singen. Lebt denn der alte Holz-Server noch? Hehehe. So. Äh. Da, 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 da. Forest ein altes, altes Spiel allgemein. Ja, wir haben das früher mal gespielt gehabt und da dachte man, Mensch, da könnten wir ja eigentlich mal, weil da so viele Updates gekommen sind, mal wieder so eine Runde zocken. Und ja, was haben wir dann auch getan? Ups, jetzt habe ich da im Busch hingesetzt. So. Okay, Erde ist auf jeden Fall in Arbeit. Cool. Oh, und ich sehe gerade, die Folgenlänge ist erreicht. Schon wieder. Ja. Du bist einmal in dem Spiel drin, ey. Ja, 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 ja. Aber wir können ja auch noch ein bisschen länger machen. Ich meine, mach mal 30 Minuten zum Abschluss, oder wollen wir danach noch einen aufnehmen? Äh, können wir noch einen oder anderen machen. Okay, dann machen wir, dann machen wir jetzt, äh. Können wir noch eine Runde Leute zocken an oder so? Ja, okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dennne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.